Oh Stefanie, Stefanie hat gar nichts verzaubert, außer Waffe. Das ist für euch. Und die Waffe, nur weil ich sie gekauft hab. Naja. Der Gear-Check. Der Gear-Check. Keine Hosenverzauberung, Stefanie. Ich hab nämlich gedacht, sie ist gestürzt, so wie Solmau. Ist vielleicht ein bisschen weniger, mir trotz. Aber ne gewisse Charakter... Was? Wir sind ja nicht ein Classic. Da können wir es mal durchgehen lassen. Ja, das ist... Machen die kleinen Dino-Shades? Ne, ne? Naja. Das Creep. Hä? Warum? Deine Friese, dein Charme. Oh shit, ich kann nicht runter springen. Obwohl du pusht die kleinen eh, ne? Ja. Ich hab mir gepullt. Ja, kann ich davon spielen. Kann er machen? Ja. Ja. Denk dran nach hinten hinterm Schwanz entlanglaufen. Wir haben hier nicht. Kann mal bitte denken. Oh, Martin. Ich hab ihm im Sack gegeben. Ah, dass ich das immer noch dazu sagen muss. Oh, das... Oh, Martin. Martin. Ja, du tankst das einfach, oder? Ja, muss ja. Hattest du ehrlich gesagt gefressen. Mit Meta und Panzer. Meta ist ausgelaufen, okay. Aber passt. Ja, Panzer Bauch drauf. Ja, Meta war gerade eben schon an, wo ich fast gestorben bin. Ja. Weiß aber nicht, warum ich fast gestorben bin. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, die... Der Bleed ist heftig. Der Bleed ist halt heftig, ne? Vielleicht hat mich auch noch rapt zu den Rücken geblieben. Aber wir haben nicht Tyranical. Oh, Chris. Wie hast du's? Oh, ich hätte hier so einen Glaubenssprung, Regi. Einmal backfrippen. Bin dann wieder da drüben. Wieso? Chris zurückrappen? Ja, bitte in sein Maul rein. Heimlich troll doch nicht. Ne, du doch. Ne, du trollst doch nie. Siehst du? Hier. Oh, fuck you. Hast du... Martin, hast du deinen Parry-Buff an, wenn der den Biss macht? Ja, ja. Hab ich. Ja. Richtig. Viel mehr kannst du ja auch gar nicht machen. Ja. Du hast nix. Ja gut, früher in BFA, ne? Mussten schon immer Tanks, ähm... CDs und Externals rollieren in hohen Tyranical Keys, Burn and Bleed. Hey. Mir wurde weggekockt. Er auch. Ah, ich bin auf der anderen... Hä? Leute. Warum wurdet ihr nicht gefeiert? Wenn ich noch dahinter war. Lol. Ich war auch dahinter. Ja, ich war gefeiert. Ich glaub, du kannst freilassen. Es geht schneller. Genau. Ja. Rezan was a powerful Lord. Der hat Blut und ich. Ja. Der Ballant. Der Hit macht dich ja schon unter 50 Prozent. Bin ich der King? Schildbeere. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Hey, der Alligator. Hehehe. Boah, kriegen wir noch ein Schild, eh? Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Ja. Und dass das dann nur geht, wenn du drunter stellst? Der ist ja voll dumm. Ja, er ist dumm, ne? Okay, Malin. Jetzt sind wir ready für Big. Ja, es kommt Big. Bei einem Blas, ne? Er war was. Du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. Da war's. Weck ich gar nicht. Ich hab' mich schon dran. Kein. Hörss-Körper. Hey, wenn du doch auch? Die ganzen Gifteinschläge, die machen so viel Damage Ja, vor allem, du kannst nicht mal stehen bleiben, was Carsten immer voll unangenehm Aber läuft doch easy Easy, easy, easy Wie du das Schild aktiv weil du musst du wegziehen Vielleicht ist es ein Tick zu früh gezogen Nee, ich hab's ja erst gelegt als ich das Busschen da auch Nee, 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 die haben schon ein Schild gekasselt in der Hand gekrebt Ja, aber vielleicht war es gar nicht im Übergang, als es abgeholt ist es da eigene Überlappung gab, ne buggy Hast du DB, Stefan? Was? Train breath Ja Dann musst du auch unter das Schild und dann aktivieren, wenn die das gemacht haben Das Schild Ich hab uns in den Daten Hm Aber da kannst du da Ich bin draußen Nordhosen Oh fuck Nordhosen Oh fuck Der Venom Blast macht mir 400k Aha Ups Ich hab 600k leben, das heißt, wenn ich 200k Nichts mehr abbekommen Da haben wir nichts mehr Das ist halt, das ist halt so bescheuert Der hat halt Fan of Knives gemacht, da waren direkt 120k Ja, wobei Ja, wobei Ich hatte eine Könnte oben schon nächste Gruppe anfangen Genau Hüftige Gruppe Ja Ja, das Problem ist nur, ich bin Miele gegangen Oh, das hat ihn Sorry Ja, hab's doch schon Ich hab's doch schon Ja 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 Eine Tonne Blasts durch Ja Auf der Suche kann man's halt nicht mehr so wie sie verkleinern, wenn die Blasts durchgehen Oder hier alleine diese, dieses ganz normale Gift, wenn du kurz stehen bleibst und Cast du springst Du hast drei Stacks, hast du Angst? Ne, du hast grad gespottet, ich hab auf einmal Akku weg Ne, hab ich nicht, ich hab keinen cool dann auf, äh Spot Ja Ich geh nach oben Ich geh nach rechts Ja, links Nachdem wir die Totems down haben, können wir Kampfrausch anziehen Ich geh so schnell runter So, dann Kick nicht vergessen Mhm Sonst sind wir ripp Ach, Jonas, halt das Ach Code, der ist schon ordentlich live, ne? 3-4 ist ziemlich weit unten schon Naja, ich hab jetzt aber kein Deutsch mehr Macht weiter Ich werd langsamer Ja Beide ist verstauen Ja Ich mein's auch Ja, geht 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 geht, kannst du gehen Schauen? Ja Ja Pfenn ein Himmel Sie 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Die ganze Zeit in Bewegung bleibt, kommt in dem Fight kein Damage rein, ne? Also ich musste mich jetzt fast gar nicht mehr heilen, als ich nur noch so gesteppt, gesteppt, gesteppt kaum versucht habe ein Heel durchzubringen, dann kommt auch nichts mehr. Es ist wirklich nur das Gift, was dich trifft und dem kannst du immer ausweichen. Ja, aber wenn ich nichts mehr mache, kann ich mich auch bewegen die ganze Zeit, was schrägst. Ja, ja. Ja, also es liegt einfach nur da dran. Wir haben uns geschafft, ohne erst mal gepführt. Boascht. Ja, sonst hast du es noch nicht. Ich muss nächst machen. Na gut, ich kann es auch immer noch fielen. Was hat Marcel während der Fahrt gesagt? Ja, natürlich haben dann alle gelacht. Marcel ist ein Troll. Ja, das kann überhaupt nicht sein, dass er noch Hunger hat. Der hat 20 Teller gegessen. Ja, das ist eine Marcelrolle. Kannst du mir nicht sagen, dass er noch Hunger hat. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch gut rein haben und mit der Schwächkeit. Oh, die Körper. Die müssen wir deftigen jetzt ziehen. Gerade so lange die Kleinen noch im Start sind. Oh, wie gesagt, nur H-Fit, das ist MP. Ja, und Stefanie, die einzige, die außen steht. Na gut, Majors haben ja das beste Toolkit. Defensively. Ja, muss man aber auch ein bisschen Übungen drin haben. Also mir fällt das noch schwer. Ja, aber weißt du noch, als wir mit Jan über... Ach ja, Jan. Als wir über das Toolkit von dir drüber gegangen sind und... Ach ja, das ist ein Defensive. Das ist ein Defensive. Ja, ja, ja. Was ist denn das denn für ein Tool? Das ist auch Defensive. Das ist ein Defensive. Wie viele Defensive hat diese Klasse denn? Bitteschön. Und, und, äh, Meanwhile Priest kann skillen, dass Fate in 10% die A ist. Das war's. Ja. So dämlich. Oh, walle. Oh. Geil, Marlin. Oh, wir haben alle reingekickt. Ja, und ich konnte nicht heilen. Gehen kannst. Hey, sag mal. Wer mag dich. Hast du das gesehen? Das war ein Hit. Jonas, du bist nur stopp. Du bist kein Paar da. Alter. 400k. Was zur Hölle, Mann. Ein Hit 400k. Das sind 75%. Ist sie geweckt? Ich bin nur gar nicht durch, jetzt. Das kommt schon wieder. Hilfe. Hilfe. Oh. Ihr seid keine Tiefsiegel mehr. Ihr könnt Jonas Trollen und, ihr könnt Jonas Trollen ihm ein Dings im Zamt-Tiefsiegel reinlegen. Oh, bitte. Mach mal. Geldgeil, ey. Auf geht's, Leute. Da muss ich kicken. Ich hab nicht, ah doch, ich hab was. Und am Arsch der Heide, ich kann ja nicht in die Firmen gerne. Alter. Ja, ich hätte jetzt sagen können, fuck. Aber ich war ja schon so mit dem Laufen beschäftigt. Ich hab eigentlich ein Tauren-Sam gemacht, aber... Ging nicht, ging nicht ran. Ich kann ruhig in die Platten, die Pudels reinlaufen in den gelben Strahl ab. Oh, schluss. Gleich, ne, sind keine mehr da. Boah, beide auch wieder sie hintereinander angespannt bleiben liegen. Am besten wäre jetzt nicht. Oh, 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 geh weg, du kacke Fiech. Oh, Gott, ich muss das mal noch spielen. Ach so, ja, hm. Ja, oder weißt du was, wir reißen einfach. Nee. Nee? Ich glaube nicht, vielleicht kommt der Endboss. Hast du dir da einfach herlaufen können? Dann wär's wieder da. Okay. Hast halt immer Blödingen in Shades, du kommst halt nicht outfight. Da müsst ihr ein bisschen dann aufpassen, den höheren Keys haut das Blut hier richtig rein. Plus, dann fehlt das Blut für die, äh... Guck mal, 20% mit dem Blutinzin. Ja. Ja, das ist ja beim Boss auch extrem. Das Feuer tickt trotzdem. Ich hab mal ne, schon drüber. Passt. Willkommen. Okay, jetzt, ich hab kein Stun. Auf. Könnt schon holen. Eigentlich in 5, 6 R-Kontollen. Was hinten an der Ecke? Nein, nimm das. Okay, nämlich das. Boah, Jonas, das tickt ganz schön auf die Heu. Naja. Ja, man muss den FC D ziehen. Nein, ich hab nur mein... Ich hab nur mein... Ja. Nee, ich mein jetzt nicht, ich mein generell bei der Fahrt. Naja, da muss man den FC D ziehen. Für das Entziehen. Full Hodge? Das ist ja beim... beim Trash schon so. Ja. Dass das Blut extrem tickt. Okay, kannst du holen. Kannst du holen, kannst du holen. Das kannst du ja auch schon mal nicht holen. Jetzt sind es sehen, oder? Ja, genau. Jetzt habe ich jetzt. Transfusion 8, äh, die Klimmerfeuer. Easy. Oh nein, jetzt haben wir hier ein Portal. Geht das mit Feuer? Boah, du... Nee, kriegst du... Kriegst trotzdem die Mensch. Hast du das eben ausprobiert, Stephanie? Ja. Ja, du kriegst alles ab beim Portal. Das ist das Dumme. Du wirst nicht immun in der Zeit. Ja, weil du dann sonst wieder irgendeinen Scheiß schießen könntest. Also... Ja, aber hast du schon mal... Dann würden die Leute beim Race Pro World First, ne? Mensch, die G ist nicht genug. Oh, Elorina, down. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... Ich hätte nicht gedacht, dass mich eine one-shottet, sonst hätte ich kurz... Ja, mir hat's auch ein Halblemer abgezogen, ne? Ja, 700... Aber ich bin froh, dass es dich erwischt hat. Ich dachte schon, ich erwisch die. Hey, aber... Ich habe jetzt einen Fortschritt bekommen für meinen Handelsposten. Be resurrected. Er dreht... Drehen Uhrzeiger so einen Kampfrausch. Den bringt man dann wieder hin und poste nach Samy. Ja. Oh nein. Ne, war eigentlich genau richtig. Ich meine, beim Siebel war ich eine Sekunde. Achso. Oh, hier ist noch ein Spinnen. Oh, hier sind wir direkt neben uns. Oh, das ist ja krass. Ja, ich muss mir hinterher mal sagen, weil ich sehe es nicht, wenn der hinter steht. Ist ja genau. Na, haha. Haha. Feuer. Ich bin noch ein bisschen schneller, gleich kommt wieder... Genau, und dann immer, wenn die Seelen kommen, muss uns extra jetzt... ...den extra Platz schaffen. Oh, Spinnen. Oh, oh, oh. So, Rant in 2. Ja, und das passt hier hinten in der Ecke. Oh, 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 oh. Alter. Wir können hier am Rand raus, das geht. Äh, ich weiß gar... Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Hi-Fi? Ich bin aber dran. Oh, nein. Ach, das war Hi-Fi's Ding. Ja, danke, ja. Es soll jetzt hinterm Boss gehen, nicht nebendran stehen. Ja, 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 hier waren nur gerade die Ultra-Action. Hier waren auch eine Million Spinnen gefühlt. Zieh noch ein bisschen weiter, zieh, genau. Musst ein bisschen, wir müssen ein bisschen schneller laufen, jep. Ja, also hier ist gerade richtig Alarm. Alarm im Darm. Jetzt können wir hier, wo der Boss steht, hier vielleicht rein. Genau, hier ist gut, ja. Ja, wir brauchen ein bisschen wegziehen. Ja, nein, stimmt, wir haben auch froze. Ich bin gleich weg da. Ja, da ist ja alles voll mit Spideys. Und jetzt kommen wieder neue. Können wir gleich mal Blubble klären? Ich wollte es gerade sein, Hi-Fi-Floy. Oh mein Gott, hey, wie kommen wir da durch? Oh, wir kommen nicht. Jetzt können wir durchlaufen. Können wir durch die durchlaufen, wenn die klein sind? Ne, ne, ne. Ne. Oh, Becken? Ja, Becken, genau. Hier hinten schön in die Ecke. Oh no, 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 no. Alles gut, ich hörte den gleich. Der ist voll hot. Na, ich bin einmal außen rumgelaufen, damit ich nicht durch die spinnen muss. Ja, ist auch alles okay. Ja, macht zu drüben. Die Alorina noch. Binne. Oh Gott, überall spinnen. Überall spinnen. Acht entdeckt am Boss spinnen. Ja, zieh weiter, zieh weiter, zieh weiter. Wir müssen hier in die Ecke. Hier, ja, da ist gut. Und zieh direkt. Passt. Und raus. Oh Gott, das sind wir Flächen. Oh, eine Stießband. Ja, mach den da mit zwei Putze. Oh, oh. Oh, ja. Hey, er ist der Port. Er ist das Portal.